In einer überraschenden Wendung hat Florian Neuhaus, der zuletzt mit einem Abgang von Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wurde, beschlossen, sich doch beim Verein durchzubeißen. Diese Entscheidung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da der Verein nach einer enttäuschenden Saison mit einem 14. Platz in der Bundesliga verzweifelt nach positiven Impulsen sucht. Die vergangene Saison war für die Fohlen eine der schwächsten in den letzten 13 Jahren. Der Frust und die Enttäuschung sind sowohl bei den Fans als auch innerhalb der Mannschaft deutlich spürbar. Das Management um Sportdirektor Roland Wirkus und Cheftrainer Gerardo Seuane stand vor der schwierigen Aufgabe, die richtigen Schlüsse zu ziehen und die Weichen für eine bessere Zukunft zu stellen. Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung von Florian Neuhaus, doch bei Gladbach bleiben zu wollen, ein überraschender und zugleich ermutigender Schritt. Nach einer Saison, in der er nur selten zum Einsatz kam und das Verhältnis zu Trainer Seuane merklich abgekühlt war, hätte kaum jemand erwartet, dass Neuhaus seinen Verbleib beim Verein in Erwägung ziehen würde. Insbesondere der Vorfall im Spiel gegen Werder Bremen, wo Neuhaus in letzter Minute eigenmächtig einen Elfmeter verwandelte und damit gegen die Anweisungen von Seuane handelte, schien das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer auf einen Tiefpunkt gebracht zu haben. Dennoch zeigt Neuhaus nun, dass er bereit ist, für seinen Platz im Team zu kämpfen und sich in der Sommervorbereitung erneut zu beweisen. Diese Entscheidung spricht Bände über die Persönlichkeit und den Charakter von Florian Neuhaus. Anstatt den vermeintlich einfachen Weg eines Wechsels zu gehen, stellt er sich der Herausforderung und zeigt damit eine bemerkenswerte Reife und Entschlossenheit. Er hat den Dialog mit Wirkus gesucht und klar gemacht, dass er sich erneut in den Dienst der Mannschaft stellen und um seinen Platz kämpfen will. Dies ist nicht nur ein positives Signal an seine Teamkollegen, sondern auch an die Fans, die nach den Enttäuschungen der letzten Saison endlich wieder einen Hoffnungsschimmer sehen können. Für Trainer Seuane könnte dies ebenfalls eine wichtige Entwicklung sein. Die Bereitschaft von Neuhaus, sich trotz der Schwierigkeiten der vergangenen Monate erneut zu beweisen, könnte als ein Zeichen der Unterstützung und des Vertrauens in die Mannschaftsführung gewertet werden. Es bleibt abzuwarten, wie Seuane auf diese Initiative reagiert und ob es ihm gelingt, das Verhältnis zu Neuhaus zu verbessern und ihn wieder vollständig in das Team zu integrieren. Insgesamt zeigt die Entscheidung von Florian Neuhaus, dass er nicht bereit ist, kampflos aufzugeben. Sein Wille, sich bei Borussia Mönchengladbach durchzusetzen, könnte nicht nur seine eigene Karriere wieder in Schwung bringen, sondern auch ein wichtiger Impuls für die gesamte Mannschaft sein. In einer Zeit, in der der Verein dringend nach Stabilität und positiven Entwicklungen sucht, ist Neuhaus, Kampfgeist ein Lichtblick, der Hoffnung auf eine bessere Zukunft gibt. Wenn es ihm gelingt, seine Form wiederzufinden und sich einen festen Platz im Team zu sichern, könnte dies der erste Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreicheren Saison für Borussia Mönchengladbach sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017